das ist ja richtig scheiße hier bekommt man wirklich nirgendwo sand her das hätten sie naja man hätte könnte würde aber naja haben sie halt nicht meine güte man muss das spiel nehmen wie es ist und somit klarkommen wie es ist das heißt ich muss jetzt hier äußerst effektiv spielen also meine als draufhau strategie die bringt mir hier wirklich viel ich finde sie dass ich hier da gleich mit einer kombi tot bin das heißt ich muss jetzt hier auch rasch durchkommen ich komme da noch durch ich komme da noch macht mich hier mal nicht nervös so ich speichere jetzt mal da oben ab da müssen wir nicht immer die treppe da hoch rennen hoffe ich mal vielleicht behalten wir dann auch unseren sand ist schlecht wäre es nicht kommen wir speichern hier mal dann knöpfen wir uns die alte noch mal vor ich glaube ich bin die mir jetzt so auf den zeiger es kann ja nicht sein dass jetzt kommen die sequenz doch mal wo ist die herrscherin wo ist der sand ja wo ist der sand junge ja ich kann hier leider nicht überspringen gratis ist ein bisschen blöd was tut ihr ihr habt uns in eine falle geleitet es tut mir leid aber nur einer von uns kann das schicksal heute überwinden und die jesse jemand werde ich sein so wie es im buch der zeit steht ihr seid die herrscherin ich bat euch zu gehen doch ihr kehrtet stets zurück dann begriff ich wenn ihr euer schicksal ändern könnt warum ich nicht auch das meine ja weil er weil ich dich jetzt hier platt machen werde das langweilt nicht so mehr geht sowieso nicht wir können ja nur drei treffer machen ich werde euch immer einen schöpfer hoch sein wir können nichts anhaben zurück jawohl und angriff nein blocken zurück nein ich hab geblockt ey 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 alter alter komm klar mädchen kommt klar komm klar okay toll sind der erste sand behälter weg geht meine rechnung überhaupt nicht auf ja 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 tut dich mal da hinten aus ich bin gleich wieder da ich brauche dir nur noch was sand ist auch komisch warum wir sind der zeit rumliegt ich meine wir sind ja vor der erschaffung des sandes die kann dann hier jetzt hat schon sand der zeit rumliegen ich meine ich will jetzt nicht meckern ist ja schön praktisch aber ganz einfach mal so von der logik her gefragt ich werde euch immer einen schritt voraussetzen ja ja ganz sicher warum belästigt ihr mich ok ich schlag mich diesmal gut ich wünschte ich hätte das jetzt nicht gesagt weil genau jetzt kriege ich hier den treffer natürlich ok einfach nur blocken ist nicht bei der nagk tag gespießt junge gespießt Der Vater wäre stolz auf mich. Zurück, zurück, Mann. Ich konnte nicht ausweichen. So, jetzt hau ich hier mal ordentlich die Hucke voll. Und jetzt reicht's. Zack, zack. Ich hatte gehofft, wer der Hacker würde euch töten. Ihr wurdet von Shadee besiegt oder von den Türmen zerschmettert. Selbst das Schwert, das vielleicht gab, habe ich mit einem Knut belegt. Doch ihr wolltet nicht sterben. Ja. Pam. Warum wünscht ihr meinen Tod? Wie ihr bereits wisst, sage ich, mein Schicksal voraus, durch eure Hand zu sterben. Wie ihr beschloss, ich es zu ändern. Aha, aha, aha. Alles klar, alles klar. Nein! Nein! Weich aus, weich aus, weich aus. Mann, weich doch aus, du Depp. Mann, wenn ich die Deckung aufmache, dann sterbe ich. Äh, verlieb. Komm, wir sind sie. Ja, super. Hat sich jetzt voll gelohnt, echt. Toll, jetzt habe ich hier den ganzen Sandverbrauch für nichts und wieder nichts. Warum belästigt ihr mich? Ja, genau. Ja, ja. Komm mal klar, Mädchen. Komm mal klar, ey. Okay, es reicht. Ja, hör mal auf dich hier rumzuworpeln. Das left mich. Super, kein Sand mehr. Hoffentlich muss da hinten was drin sein, sonst bin ich jetzt echt am Arsch. Ich kann auf einmal die Zeitlupe einsetzen oder mich noch mal aus einer Problemsituation retten. Das heißt, ich muss jetzt wirklich genau gucken, was ich mache. Okay, gut. Ja, Zeitlupe wird wohl nicht mehr. Ich werde so doof auf den Weg. Aber viel fehlt nicht mehr. Die braucht nicht mehr viel. Ich hab dich. Jo, lass nicht los. Ach, jetzt kommen die zwei Lackaffen noch mal. Das ist ja geil. Und die kann man natürlich nur mit der Zeitlupe besiegen. Geh an die Säule. Geh halt an die Säule. Geh doch an die Säule. Ey, keine Chance. Das konnte ich nicht gewinnen. Nein, das war nicht möglich. Ach, Mann. So ein Mist, ey. Ja, es tut mir leid, aber da kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich könnte besser spielen, aber irgendwie will das ja immer nicht so hinhauen, wie ich will. Boah, das ist echt, das ist echt mies. Das ist echt eine miese Sau, ganz ehrlich. Aber diesmal werde ich den Sand ein bisschen effektiver einsetzen. Ich hab viel zu viel Sand verpulvert, weil sie mir ein paar Prozent Energie abgezogen hat. Das war doof. Das hätte ich anders machen sollen. Ich hätte da lieber dreimal die Zeitlupe einsetzen sollen. Dann hätte ich das alles wieder wettgemacht. Ja, ja, gut. Okay, diesmal weiß ich Bescheid. Alles klar. Ja, ja, ja. Alles gut. So, komm her. Pahnen, legst du gleich mal hier ein paar aufs Maul. Ja, komm her. Ja, komm. Mann, ja, genau. Ich muss doch zurück. Ich muss doch irgendwie ausweichen können. Ja, genau, dann trifft sie mich doch. Ich kann nicht ausweichen. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ja. Mann. So langsam regt's mich auf. Ich kann hier nicht ausweichen. Ich kann hier gar nix machen. Komisch, vorhin hat's doch aufgeklappt. Ja, weicht doch aus. Wichtigere Angelegenheiten erwarten ich. Ja, weicht doch aus. Weicht doch aus. Warum weicht ihr Idiot nicht aus? Wie dumm ist denn der bitte? Ich bin die Herrscherin der Zeit. Ja, ja, du mich auch. Tschüss, tschüss. Nein. Nein. Lass mich durch. Auf dich hier an mich ranzuteleportieren, ey. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch verdeutle. Ja, ist echt so. Komm, geh da drüber. Geh doch da drüber jetzt. Dankeschön. Toll, wir sind hier kein Sand. Vorhin war hier noch Sand. Oder? War hier da... Nee, da war kein Sand. Komm, da hoch. Hier mal alles zerlegen. Ja, toll. Auch nix. Ja, super. Sieht echt geil aus. Wieder halbtot. Gibt's hier einfach nicht gebacken, ey. So, Mutti, komm her. Jetzt gibt's auf für Mütze. Da wusste ich doch, dass du das magst. Da wusste ich doch, dass du das magst. Ich kann nicht ausweichen. Die Treffer muss ich leider einstecken. So. Au. Das war unnötig. Aber es ist verzeihbar. Und tschüss. So, nochmal zwei Sandbehälter. Inklusive Schwert. Gut, das hört sich... Das sieht gut aus. Und nochmal Sand. Und damit sind wir jetzt sogar voll. Dann kann ich hier nochmal die Zeitlupe gönnen. Und hier mal ordentlich Damage machen hier. Das ist ja auch komisch. Weil die ist ja die Herrscherin der Zeit. Normalerweise dürfen wir das auf die überhaupt nix. Das werden wir. Aber naja. Ja, ja. Das haben wir doch schon gehört. Nein. Nein. Ich war aggro, ey. Boah. Ja, genau. Mann. Ja, genau. Das kotzt mich an, ey. Ich roll mich weg und die macht mir trotzdem Schaden. Ey, komm. Ich hab jetzt wirklich gleich keine Lust mehr, hier noch weiterzumachen. Ja, toll. Ich bin tot. Die macht mir einen Schaden und ich bin einfach tot. Ja, komm. Nö. Ich hab jetzt wirklich keine Lust mehr. Also das kotzt mich jetzt wirklich richtig an. Das geht mir so richtig gegen den Zeilen. Ganz ehrlich. Das ist doch so richtig assig. Ich mein, ich hab überhaupt keine Chance gegen die. Ich mach dir ja kaum Schaden. Sogar wenn ich hier die Zeitlupe mach. Die Zeitlupe ist so uneffektiv. Also ich werd jetzt das Projekt hier nicht abbrechen. Aber ich werd jetzt wahrscheinlich das Offscreen machen. Weil das geht mir jetzt wirklich gehörig gegen den Strich. Und euch will ich damit jetzt auch nicht da 15 Parts lang zumisten. Also deswegen würd ich sagen, jawohl, ne Stunde. Wir sehen uns dann in der ehesten Aufnahme wieder. Wenn dann die Olli hier tot ist. Also ich werd dann, ähm, noch vorher die Aufnahme starten. Damit ihr wenigstens die Zwischensequenz seht, die da kommt. Weil die gehört dazu. Und ja, ich werd jetzt das Projekt hier mal, also die Aufnahme hier mal beenden. Und sage dann, ähm, ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, die Olli ist besiegt bei Prince of Persia. Und ja, nochmal, sorry, dass ich mich jetzt hier so aufgeregt hab. Aber das stinkt mich jetzt einfach an. Da, da bin ich jetzt wirklich wieder blablabla. Naja. Also dann, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.